Ich hatte so gut wie gar nichts von den Shops, ne? Aber egal. Na, dafür haben wir schon wieder eine Waffenkammer. Sehr gut. Ach, das ist die Runde. Okay. So, hier oben sind nämlich die Upgrades. Ich glaube, ich kann das gar nicht mehr kriegen. Ist egal. Stecken wir die Messer. Ne, starke noch. So, jetzt kommt der Knackpunkt. Ich guck mal, ob ich einen außen kaputt machen kann. Oh, das ist der Post. Oh, ne. Anscheinend nicht. Oh, mein Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Okay, war ein schlechter Versuch. Eklig, oder? Wie zum Freischalten? Oh, Mann. Das ist mies. Nervt nur, wenn sie noch durchs Bild fliegt, glaube ich mir. Kann ich nichts mehr? Ne. Jetzt sparen wir für die nächste Runde. Oh, wir haben schon zehn. Krass. Wir kommen nicht weiter. Wir hängen immer an diesem scheiß Boss und dann gehe ich tot. Manchmal klappt die Stau über das Pad nicht. Oh, das ist ja geil. Zwei gute Sachen drin. Movement Speed habe ich natürlich genommen. Und auch andere Vorteile. Ah, es ist schade, dass das Game nur zwei Tracks hat, ne. Wobei 20 Minutes hat ja auch nicht viele Tracks gehabt, ne. Aber das war durchdringend. Weil ich hier echt nur die zweite Variante finde. Das ist so... Da kommen wir mal ein Fest. Zum Anfang geht das ja noch. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Boah, jetzt haben wir schon eine erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, krass. Aber auch natürlich, wenn ich nur die Ideenmöglichkeit dazu habe, ne. Oh, ich hoffe, ich komme da noch raus. Ja, da geht's ja noch. Ja. 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 Wenn man die ganze Zeit so schnell laufen würde, wäre das richtig geil. Können wir auch mal Meta machen. Jetzt aufpassen, ich kann nur noch ein Upgrade nehmen. Nee, im XP-Buswalt haben wir ja schon. Ach, das war schon. Och man. Wir müssen gleich dicke einkaufen. Wir haben hier schon fast 10.000. Halt, stopp. Nicht an mir vorbeihand. Gebt mir doch mal was Geiles, Mann. Noch eine gute Waffe. Aua. Ich weiß nicht, echt Mist, ne? Nimm die 5.000 Trades. Wir müssen gleich dicke einkaufen. Hab ich ja schon gesagt, ne? Verstärkte Gegner nicht. Oh, das ist mir egal. Verwischt. Nochmal. Dann sind wir relativ flott. Einfach das Gold haben. Äh, Geld. Nicht Gold. Boah, ich nehm die Messer. Die Messer sind immer noch am besten. Oh, das zählt gar nicht. Cool. Dann erhöhten wir, ähm, hier, ne? Waffenschaden. Schneller, 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 schneller. Ach, da lang noch dreimal Kohle. Egal. So. Da wird kommt der erste kleine Boss. Aber erst mal hier Kohle scheffeln. Da haben wir noch durchschlagen können. Alles an Kohle mit. Easy. Boah, jetzt sind wir schnell. Das ist geil. Ich kann ja mal wegrennen vorm Gegner. 34.000 Credits. Komm, mach schneller. Mach schneller. No. Komm, jetzt. Ich wollte gerade die Feinde hier noch machen. Das war erledigt geil. Haa, durchgekommen. Auch geschafft. Geh mal weg, ich will da hin. Aua. Aua. 56,000 Kredit. A Request bin auch schon gut, lad. Ah, jetzt gehen wir noch auf, Klaus. Nein, der muss fallen, der muss fallen, der muss fallen Ich weiß nicht, was da passiert, ne? Aber, boah Mies Meinst du der richtige Endgegner, Timo? Also der endet hier auf dem Ende? Also das Ende des Planeten-Systems hier? Oder meint es jetzt den gerade? Ah, okay, du hast immer ohne Musik gespielt Ja, dann auf zum Laden Ähm, das sind rote Das sind meine Läden Ah ne, da ist ein blauer Keiner Autofokus drin Ist da schon was jetzt los? Oh oh Scheiße, ich bin sie weg Bin zu schwach Ich bin sie weg Ich bin sie weg Aye, da ist ein solar該 Blicating Entschuldigung Das ist es das Entschuldigung Oh oh